Das ist die Alkoholkategorie C, hier ist das. Ah, das sind Behinderten, oder? Ist das eine Behinderte? Ja, das ist eine barrierefreie. Eine Behindertenkabine. Superschön, man hat richtig schönen Platz. Ganz, ganz toll. Kleiderschrank. Man kann draußen sitzen, auch mit Rampe. Man hat überall die Rampe mit dabei, das ist echt ganz, ganz toll. Man hat einen schönen Platz hier. Und überall die Nespresso-Maschine dabei. Denkt man, wenn man viel Kaffee trinkt, von daheim aus ein paar Kapseln mitnehmen. Haben wir jetzt auch gemacht. Weil die ersten zwei sind frei und jede weitere kostet dann. Hier kann man halt alles im Rollstuhl machen. Die Ecke, super, super toll. Und die Toilette. Vielen Dank. Vielen Dank.